Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch mal wieder was Geschichtliches zeigen und zwar die Verfolgten, geniale und geächtete Wissenschaftler von Giordano Bruno bis Alan Turing aus dem Klettkotter Verlag. Das Buch hat 304 Seiten und kostet 22 Euro. Kurz zum Inhalt, ausgegrenzt, gepeinigt und verfolgt, acht Genies und ihre denkwürdigen Schicksale. Thomas Bürkel erzählt die Geschichten von Wissenschaftlern, die herausragendes geleistet haben, jedoch diffamiert, verfolgt, vertrieben oder ermordet wurden. Erschütternd, aufrüttelnd und erhellend führt er die Schicksale von Bruno, Laurent, oh Gott, die Namen kann ich alle nicht mal richtig flüssig lesen, Belé, Landau und so weiter, Albert Einstein, Turing vor Augen, verkannte und gepeinigte Ausnahmeerscheinungen, deren geniale Leistung die Wissenschaft jedoch bis heute prägen. Genau darum geht es also grob im Buch. Gleich zu Beginn möchte ich diesen Abschnitt mit euch teilen, weil es einfach zeigt, dass dieses Thema noch immer allgegenwärtig ist. Als im Juli 2016 eine Maschine von Istanbuler Flughafen Atatürk abhob, überfiel Passagier A ein großes Gefühl des Glücks und der Erleichterung. Er befand sich auf dem Weg in die Freiheit. Einige Tage zuvor war ein Putschversuch auf Präsident Erdogan gescheitert, woraufhin man zahlreiche angebliche Unterstützer verfolgt, inhaftiert und aus dem öffentlichen Dienst entlassen hatte. Er war Professor in einem naturwissenschaftlichen Fach. Er hatte sich zwar hin und wieder kritisch zu Erdogan geäußert, aber weder etwas mit einer Kurdenorganisation noch mit der Gülenbewegung zu tun, wie es vielen Verfolgten vorgeworfen wurde. Er war Forscher, kein Regimegegner, doch es gab klare Anzeichen dafür, dass auch seine Existenz bedroht war. Als Schutz vor möglichen Verfolgungen oder Repressalien seiner noch in der Türkei lebenden Familie müssen alle Angaben dieses realen Falles so allgemein und anonym wie möglich bleiben. Dank guter Kontakte zu Kollegen erhielt A eine befristete Stelle an einer Universität in Süddeutschland, finanziert vom Baden-Württemberg-Fonds für verfolgte Wissenschaftler. Dieses aus Stiftungen finanzierte Projekt geht auf eine Initiative von Henry Jarecki zurück, dessen Vater Max wegen seines jüdischen Glaubens vor den Nazis in die USA fliehen musste. Genau, also so geschichtlich ist es in dem Sinne, also weit hergeholt ist es nicht, es ist immer noch präsent, das wollte ich euch unbedingt damit zeigen. Und ja, seit seiner Gründung, dieses Fonds, was ich gerade vorgelesen habe, hat es an mehr als 900 bedrohte und vertriebene Wissenschaftler aus 60 Ländern Stipendien vergeben und damit lebensrettende Unterstützung gewährt. Das ist also eine sehr, sehr große Organisation im Sinne von eine sehr unterstützende und wichtige Organisation. Und dann dazu auch vielleicht noch weiter ein bisschen, finde ich auch sehr interessant, diese Zahlen belegen, dass das Thema verfolgte Wissenschaftler längst nicht auf die bekannten historischen Tiefpunkte wie die Nazizeit oder die Stalin-Ära beschränkt ist, im Gegenteil, es ist hochaktuell. Angesichts der neuen Repressalien und Konflikte weltweit ist der heutige Bedarf an Unterstützung von verfolgten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr groß, sagt Henry Jarecki bei der Einweihung des Baden-Württemberg-Fonds. Menschen wurden in der Vergangenheit aus unterschiedlichen Gründen verfolgt. Die in diesem Buch vorgestellten Personen litten unter der Inquisition, dem großen Terror während der französischen Revolution, der Nazizeit, der Stalin-Herrschaft, der McCarthy-Ära und der Homophobie. Die Inquisition der katholischen Kirche diente über Jahrhunderte hinweg zur Verfolgung und Hinrichtung von Menschen, anderen Glaubens, vermeintlichen Hexen und Kritikern. Die Zahl der Todesopfer wird auf immer ungeklärt bleiben. Genau, da geht es auch viel um die Zahlen am Anfang und dann beginnt es auch schon mit den vorgestellten Personen, wie gesagt, hier der Bruno. Es gibt unendlich viele Erden und unzählige Sonnen, das heißt, man hat eine Zeitangabe und so die Kernaussage. Und hier grob zusammengefasst, was diesen Menschen sozusagen, wofür er stand. Das heißt, er war ein Freigeist, ein Philosoph, der für das kopenikanische Weltbild eintrat und es sogar noch erweiterte, indem er annahm, das Universum sei unendlich ausgedehnt und umfasse unzählige bewohnte Planeten. Er wurde von der Inquisition zum Tode verurteilt und starb auf dem Scheiterhaufen. Ja, das ist einfach, das ist merkwürdig, das einfach so runterzulesen, aber einfach nur schrecklich, wenn man die Geschichte dann dazu liest. Hier kurz zu Bruno. Dann vollzieht Bruno den letzten logischen Schritt von der Unendlichkeit des Alls zur unendlichen Zahl von Sternen und Planeten. So nur rühmt die Himmel die Herrlichkeit Gottes. So nur offenbart sich die Größe seines Reiches. Nicht auf einem, auf unzähligen Thronen strahlt seine Majestät. Nicht auf einer Erde, auf einer Welt, auf zehnmal Hunderttausenden, auf unzähligen. Außer Frage schien es ihm zu stehen, dass diese Welten bewohnt sind. Es ist geradezu albern zu glauben, es gebe keine anderen Lebewesen, keine anderen Sinne, keine anderen Denkvermögen als gerade jene, die sich unseren Sinnen darbieten. Eine unerhörte Behauptung. Ja, er hatte also damals eine absolut andere Ansicht. Das war natürlich für ihn nicht gerade gut. Ja, was ihm vorgeworfen wurde, war dann, demnach habe Bruno gesagt, er hielt es für eine Torheit der Katholiken zu behaupten, das Brot verwandle sich in Fleisch. Außerdem sei er ein Feind der Messe. Christus sei ein Betrüger und Magier gewesen, der nur Scheinwunder vollbracht hat. Die Jungfrau Maria habe nicht gebären können, es gebe nicht mehrere unterschiedliche Personen in Gott. Und vor allem habe er behauptet, es gebe unzählige Welten. Ja, da hat einer einfach über ihn ausgepackt. Und das war sein Ende sozusagen. Genau, es gibt wie gesagt einige Wissenschaftler, hier insgesamt acht, die vorgestellt werden. Hier zum Beispiel Alan Turing, falls es für einige von euch ein Begriff ist. Er hatte einen Mangel an Ehrabietung gegenüber allem außer der Wahrheit. Und zu ihm, er war Wegbereiter des Computers und Vordenker der künstlichen Intelligenz. Im Zweiten Weltkrieg trug er entscheidend zur Entschlüsselung der deutschen Dechiffriermaschine Enigma bei. Doch seine Homosexualität wurde ihm zum Verhängnis. Es gibt da einen ganz, ganz tollen Film über Alan Turing. Sehr interessant. Kann ich euch nur empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen. Genau, also vielleicht ein bisschen zu seiner Person kurz hier auch. So brachte er sich innerhalb von drei Wochen mit einem Buch selbst das Lesen bei. Genial war er ihm das nicht schon gar nicht in Mathematik. Mit neun Jahren konnte er immer noch nicht dividieren. Das mag auch daran gelegen haben, dass die Worts keine Lernanreize boten. Und weiter Ende des Jahres 2022 hatte er ein erstes intellektuelles Schlüsselerlebnis. Ein Bekannter hatte ihm das Buch Natural Wonders Every Child Should Know von Edwin Taney Brewster geschenkt. Und dann kam noch eine weitere Lektüre dazu, The Children's Enzyklopädie. Und es war auch ebenfalls etwas sehr, sehr Inspirierendes für ihn. Und als letztes kam dann noch Einsteins Relativitätstheorie dazu. Und so hat er seinen Weg dann doch gefunden. Er war vorher, ja, sag mal, nicht gerade der Ordentlichste, nicht irgendwie überragend schlau. Er war in einigen Dingen, wie gesagt, gut. Aber es hat sich erst später eher bemerkbar gemacht. Er hat es zum Beispiel auch nicht geschafft, auf das College aufgenommen zu werden, obwohl er sich mehrmals bewarb. Hat es dann aufs College in Cambridge dann geschafft. Und ja, dann hat er auch seinen Freund kennengelernt, den er, wobei es bis heute nicht bekannt ist, ob er ihm damals seine Liebe gestanden hat oder auch nicht. Ja, das Schicksal meinte es einfach zu dieser Zeit nicht gut mit ihm. Und er hat Wahnsinniges vollbracht. Wie gesagt, er hat eine entscheidende Rolle beim Zweiten Weltkrieg gespielt, bei der Entschlüsselung der Enigma eben, bei dieser Dechaffiermaschine. Nichtsdestotrotz war seine Sexualität ein Problem damals. Und ja, der Richter bot ihm die Möglichkeit, eine Bewährungsstrafe mit gleichzeitiger Hormonbehandlung an. Turing akzeptierte das Urteil. Er hat dann diese schreckliche Therapie gemacht, hat es aber nicht gepackt und ja, hat Suizid begonnen, weil er einfach, diese Therapie ist halt auch dafür bekannt, dass sie Depressionen hervorruft und viele, viele andere Nebenwirkungen, unter anderem, dass den Männern Brüste wachsen und ja, man tut auch geistig abbauen und damit kam er einfach nicht mehr klar. Genau, was ich ganz schrecklich finde, ist einfach, dass die Krone erst im Jahr 2013 seine Begnadigung unterschrieb. So viele Jahre hat es gebraucht, dass sie zugegeben haben, dass es ein Fehler war. Und ja, schrecklich, einfach schrecklich, muss ich sagen. Im Jahr 2021 gab es dann die letzte, sozusagen große Ehre für Turing. Turing und zwar mit der Herausgabe einer neuen britischen 50-Pfund-Note mit seinem Porträt. Davon hat er jetzt nichts mehr natürlich, aber immerhin wissen die Menschen vielleicht so, dass es ihn gab und was er für eine wichtige Rolle gespielt hat, hoffentlich. Genau, also in diesem Buch lernt man neben dem Leben dieser interessanten und sehr wichtigen Persönlichkeiten und was sie geleistet und bewegt haben oder über ihren Mut und ihre Stärke zu dieser Zeit damals, ja auch eben sehr viel zur Zeit an sich, wie die Menschen damals gelebt haben, wie sie gewisse Dinge sahen, wie sie andere behandelten, welche Ansichten man allgemein vertrat und vor allem, welchen Einfluss unter anderem eben die Kirche zur damaligen Zeit hatte. Wirklich spannend und empfehlenswert, wenn auch mit wirklich zahlreichen Fakten und Namen und Zahlen bespickt, die man sich sicherlich nicht merken wird, so ging es mir zumindest, was aber auch keine große Rolle spielt. Es ging um die Geschichte, es ging darum, was die Menschen, ja, wofür sie standen, wie die Zeit war und was sie bewegt haben. Sehr, sehr interessant für alle, die sich einfach für Geschichte, für Wissenschaft interessieren, auf jeden Fall empfehlenswert. Den Link dazu gibt es wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!